Das hölzerne Kreuz von Görber Frau von Linden wohnte in einem schönen Landhause, wo sie sich jedoch sehr einsam fühlte, da ihr Mann und ihre Kinder alle gestorben waren. Ihre Verwandten liebten sie nicht, weil sie sehr eigennützige Leute waren. Die gute Frau war selbst gar nicht eigennützig. Von Morgen bis Abend dachte sie nur, wie sie den Armen und Kranken helfen könnte und wie sie Gutes tun könnte. Eines Tages musste sie in die Stadt gehen und als ihre Geschäfte zu Ende waren, ging sie in das Münster, um die schönen Statuen und Gemälde zu sehen und sich ein wenig in den kühlen, dunklen, heiligen Raume auszuruhen. Die große Kirche war um diese Stunde ganz leer und still und nachdem sie andächtig gebetet, ging Frau von Linden umher und bewunderte die Gemälde und Statuen. Sie schaute die großen Pfeiler an, schaute in die Wölbung hinauf, blieb lange vor dem schönen, heiligen Bildern stehen und kam endlich zu der letzten Kapelle, wo nur noch ein sehr kleines Licht brannte. Es war in dieser Kapelle so dunkel, dass Frau Linden wähnte, ganz allein zu sein, bis sie ein unterdrücktes Schluchzen hörte. »Wer ist da?« rief sie erstaunt. Das Schluchzen hörte einen Augenblick auf und eine leise, klägliche Stimme erwiderte Schüchter. »Ich bin es.« Frau von Linden, die an der Stimme sogleich erkannte, dass es ein Kind war, das so leise geschluchzt hatte, sagte freundlich, »Komm hierher, Kind, und sage mir, warum du so schluchztest.« Jetzt trat aus dem Dunkel ein kleines Mädchen hervor. Es war ein Kind von ungefähr acht Jahren und, obschon etwas ärmlich, doch sehr reinlich gekleidet. »Nun, Kleine«, sagte die gute Frau, das Kind bei der Hand nehmt, »erzähle mir jetzt, warum du ganz alleine hier bist und warum du so kläglich weinst. Was fehlte wohl?« »Ach«, seufzt das Kind, »ich weine, denn Vater und Mutter sind beide tot und meine Verwandten sind alle so arm und haben so große Familien, dass sie sich meiner nicht annehmen können. Morgen muss ich das Haus verlassen, wo ich mit meinen Eltern so glücklich lebte, denn ich habe kein Geld, um die Miete zu bezahlen.« »Hast du gar keine Freunde?« fragte die Dame erstaunt. »Ja, der gute Priester ist mein Freund. Er hat mir heute zu essen gegeben, und dann hat er mich hierher geschickt, um Gott um Hilfe zu bitten. Er hat gesagt, dass Gott das Gebet der verwaisten Kinder immer erhört und dass er mir sicher helfen werde.« Die Dame sagte mit Rührung, »Der gute Priester hat recht, mein Kind. Komm, zeige mir, wo er wohnt. Ich möchte mit Ihnen gerne sprechen.« Die Dame nahm das Kind bei der Hand und ging mit ihr zum Priester. Er empfing sie sehr freundlich, sagte ihr, dass das Mädchen das Kind ehrbarer Leute sei und dass es sehr arm und ganz verlassen sei. »Nun«, erwiderte die Dame, »da das Kind ohne Mittel und ohne Freunde ist, so will ich mich ihrer annehmen. Sie soll bei mir in meinem Landhause wohnen. Ich werde sie in die Schule schicken. Sie soll alles lernen, was ein Mädchen wissen sollte, damit sie einmal eine gute Frau und Mutter werden oder damit sie einst ihr Brot verdienen kann.« Die gute Dame nahm das verwaiste Kind mit und hielt fort. Das Mädchen ging fleißig in die Schule und als sie größer wurde, lernte sie alles, was eine gute Hausfrau wissen muss. Die Jahre gingen schnell vorbei und als das Mädchen 20 Jahre alt war, starb ihre Wohltäterin. »Sophie«, so hieß das Mädchen, pflegte sie zärtlich bis zu ihrem Tode und ehe die Dame verschied, sagte sie, »Sophie, du bist ein treues Mädchen gewesen und es freut mich, dass du den jungen Gärtner Hans heiraten sollst. Er ist ein guter, fleißiger Mann und du wirst eine glückliche Frau werden.« Als die Dame endlich starb, hielt sie ein kleines, hölzernes Kreuz in der Hand, das sonst immer über ihren Bette gehang und das sie sehr gerne gehabt hatte. Nachdem das Begräbnis vorüber war, kamen die Erben alle herbei und der Advokat nahm das Testament der guten Frau und las sie ihn vor. Die Dame hatte der Weise eine Summe von 3000 Talern hinterlassen und dabei stand auch im Testamente, »Sophie ist mir ebenso lieb, als ob sie meine Tochter wäre. Darum soll sie nebst der Summe von 3000 Talern, die ich ihr hinterlasse, noch etwas als Andenken haben. Sie darf selbst unter allen meinhalb Seligkeiten auswählen, was ihr am liebsten ist.« Die Erben waren sehr entrüstet, als sie dieses hörten. Schon die Summe von 3000 Talern schien ihnen zu viel. Sie fürchtete, dass die Weise etwas sehr Kostbares wählen würde. Aber obgleich die Köchin und die anderen Dienstboten ihr rieten, die Diamanten oder die Perlen der verstorbenen Frau zu wählen, sagte die Weise, »Nein, das will ich nicht tun. Die Dame hat mir schon viel gegeben. Ich möchte die Erben nicht berauben. Der kleinste Gegenstand, den meine Wohltäterin geliebt und den ich in ihren Händen gesehen, ist mir viel lieber als Andenken, als etwas so Kostbares.« »Sehen Sie«, fuhr sie fort, »dieses hölzerne Kreuz möchte ich am allerliebsten haben, denn sie hielt es noch in ihrer Hand, als sie verschied.« Die Erben waren sehr froh, als die Weise das kleine, hölzerne Kreuz wählte, und da sie alle fürchteten, dass das Mädchen ihre Wahl bereuen würde, holten sie ein Papier herbei und schrieben darauf, »Als Andenken an meine Wohltäterin habe ich das hölzerne Kreuz gewählt. Dies ist mein, und ich werde nie Anspruch auf irgendetwas anderes machen.« Dieses Papier musste Sophie unterzeichnen, und sie tat es gern, denn sie war mit dem Hölzern im Kreuz ganz zufrieden und verlangte nicht mehr. Einige Zeit nachher heiratete sie den jungen Gärtner. Es ging ihm ganz gut, bis er eines Tages von einem Baume herunterfiel. Er war durch diesen Fall schwer verletzt, und als er nach einer langen Krankheit wieder aufstehen konnte, fehlte ihm ein Arm, und er konnte nicht mehr in dem Garten arbeiten. Die lange Krankheit hatte Sophies Ersparnisse verzerrt, und nun sannen sie auf Mittel und Wege, um ihr Brot zu verdienen. »Endlich«, sagte der Mann, »Siehst du, mein treues Weib, ich werde nie mehr in dem Garten schaffen können. Ein kleines Geschäft aber könnte ich noch besorgen. Es ist kein Kaufladen im Dorfe, wenn wir das Geld, welches dir die selige Frau in ihrem Testament erließ, dazu brauchen könnten, würde es leicht sein, ein kleines Haus im Dorfe zu mieten, Waren zu kaufen, und dann könnte ich unser Brot als Kaufmann anstatt als Gärtner verdienen.« Dieser Vorschlag schien der Frau sehr gut, und sie ging sogleich zu dem Verwalter der verstorbenen Frau, um ihr Geld in Empfang zu nehmen. Der Verwalter aber sagte ihr, dass die selige Frau in ihrem Testamente bestimmt habe, dass das Geld ihr nur übergeben werden sollte, wenn sie 25 Jahre alt geworden. Als Sophie dieses hörte, war sie sehr traurig und ging langsam nach Hause, wo sie ihrem Manne alles erzählte. Nach langem Nachdenken sagte er endlich, »Nun, wir können unterdessen doch nicht verhungern. Vielleicht könnten wir die nötige Summe borgen und sie nächstes Jahr zurückbezahlen, wenn du dein Geld bekommst.« Der Frau gefiel dieser Plan sehr gut, und bald fanden sie einen reichen Nachbarn, der ihnen das Geld gerne vorstrecken wollte, und sie versprachen ihm, das Kapital Nebstzinsen im folgenden Jahre zurückzuzahlen. Jetzt ging es allen wieder gut, bis sie auf einmal hörten, dass der Sachwalter plötzlich auf- und davongegangen und dass er alle ihm anvertrauten Gelder mitgenommen hätte. Er war so heimlich fortgegangen, dass man ihn nicht finden konnte, und bald wurde es überall bekannt, dass er ein elender Dieb gewesen und dass er das Geld vieler Leute gestohlen habe. Bald erreichte die schlimme Nachricht den kleinen Laden, wo Sophie und ihr Mann sich so viel Mühe gegeben, um alles in bester Ordnung zu halten und ihr Brot ehrlicherweise zu verdienen. Als diese Nachricht auch den Manne, der ihnen das Geld geliehen hatte, zu Ohren kam, kam er sogleich in den kleinen Laden und sagte Sophie, wenn sie ihm das Geld, das er ihnen geliehen, nicht sogleich zurückbezahlte, würde er Haus und Waren in Besitz nehmen, um sich zu entschädigen. Als er fortgegangen, sahen sich die Eheleute traurig an. Liebe Frau, was ist jetzt zu tun, rief der Mann in Verzweiflung. Das geliehene Geld können wir nicht so schnell zurückbezahlen. Der Nachbar will nicht warten, und wir werden mit unseren drei kleinen Kindern aus diesem Hause ziehen müssen. Wir werden alle verhungern, denn ich kann nicht mehr arbeiten. Ich bin nicht stark genug und mit einem Arme bin ich so gut wie hilflos. Der liebe Gott hat uns sicher vergessen. Ach, lieber Mann, das kann nicht sein. Er vergisst seine Kinder ebenso wenig, wie wir die Unsrigen. Wir wollen zu ihm beten. Vielleicht zeigt er uns einen Ausweg, so dass wir unser Brot ehrlich verdienen können. Die Frau ging jetzt in ihr Zimmer, nahm das kleine hölzerne Kreuz, das Andenken an ihre Wohltäterin, küßte es und dachte, ach, wie leid würde es der guten Frau tun, wenn sie wüsste, wie unglücklich ich jetzt bin. Dann ließ sie das kleine Kreuz zu Boden fallen, fiel auf die Knie und betete inbrünstig. Ihr Herz wurde bald leichter, und als sie wieder aufstand, sah sie das Kreuz auf dem Boden liegen und hob es sorgfältig auf. Ein Stückchen Holz war im Fallen davon abgebrochen. Als sie es wieder an das Kreuz kleben wollte, sah sie zum ersten Mal, dass das Kreuz hohl war und geöffnet werden konnte. Als sie es geöffnet, schrie sie in freudiger Überraschung auf, denn im Inneren des hölzernen Kreuzes war ein wunderschönes Diamantenkreuz versteckt. Sogleich trug sie dasselbe zu ihrem Manne, der auch sehr darüber erstaunt war. Als sie den Advokaten befragte, ob sie die Edelsteine behalten dürfe, sagte er, gewiss, gute Frau, die Diamanten gehören Ihnen. Die Erben waren sehr böse, als sie hörten, dass Sophie Diamanten in ihrem hölzernen Kreuz gefunden, aber sie konnten keine Ansprüche darauf machen, denn sie hatten selbst das Papier geschrieben, worin es bestimmt hieß, dass das Kreuz Sophie gehöre. Sophie verkaufte nun schnell die schönen Diamanten und bekam Geld genug, um all ihre Schulden zu bezahlen. Das Geschäft ging jedes Jahr besser und die Familie litt keinen Mangel mehr. Solange sie lebte, erzählte Sophie ihren Kindern und Enkeln die Geschichte von dem hölzernen Kreuz und fügte immer bei, wenn man nur seine Pflicht tut und dem lieben Gott vertraut, braucht man nichts zu fürchten, denn er wird alles gut machen, obgleich manchmal alles sehr finster aussieht.